Grüßt euch, habe ich die eure Leute. Es gibt jetzt neue Flyer von meiner Muse und zwar wunderbare Flyer, Musik mit Sinn, alle Liedln von mir mit dem Lukas Ullmann voll im Gepäck, Hinweis aufs Album, Hinweis auf den YouTube-Kanal, Hinweis auf den Instagram und Hinweis auf die Anfrangen. Was? Anfangen? Ah, warte mal, ich glaube, man muss die E-Mail eingeben, da tut die Musik anfangen, macht auch keinen Sinn. Anfragen. Ja, Leute, ich habe wieder eine Message für euch. Felder nicht Felder sein lassen. Mich gefreut das wahnsinnig, dass ich mich da vertippt habe und ein Endgefühl habe. Ich streiche jetzt 1500 Mal das End durch und somit haben wir eine signierte Autogrammkarte vom Flyer. Das ist wichtig, Leute, dass man sich nicht hinter Felder versteckt und sich nicht für Felder schrammt. Ein Felder wird erst zum Felder, wenn man ein Felder sein lässt. Ich finde, das ist einwandfrei, das ist genau richtig so, so wie es sich gehört. Und das ist im Endeffekt alles. Das ist das, was ich euch sagen wollte mit dem Video. Stellt es zu euch, lacht es über euch selber mal ein bisschen, wärt es mal ein bisschen lockerer oder in dem Sinne lacht es über euch selber im positiven Sinne. Freut es euch, dass ihr seid, wie ihr seid. Es ist super, dass wir alle so sind, wie wir sind. Und jeder hat seine Felder. Und die Felder, die er hat, die kann auch jeder mit einem gewissen Abfallhumor nehmen. Wenn es untragbare Fehler sind, gibt es natürlich auch, dann kann man es ausbessern. Wenn am Ende vom Tag immer alles passt, dann ist das Leben einwandfrei. Und ich finde das absolut wunderbar. Viel Spaß mit dem Video. Wie wir die Sonne gerade aufgehen, und ich weiß ganz genau, dass die schönste Vorgang durchkommt, wenn's Sonne runtergeht. Ja, wenn's Sonne runtergeht, lass die schönste Vorgang durchkommt, wenn's Sonne runtergeht. Ich frag dich jedes Mal, meist zwei Mal nicht geht. Ich find's das in Ordnung, ich find das recht blöd. Ein Feier, ein Licht, ein Feier, ein Licht, wo die Glückheit zerbricht. Ein Lächeln im Gesicht, bloß du wisst das nicht. Und ich schau dich eh nur noch von der Seite an. Weil jeder ist schon lange nicht mehr in die Jahre so red. Merk ich, dass er jeder an andern Weg geht. Die Sonne geht grad auf, nachher geht's wieder unter. Da scheint die Sonne grad nicht für dich, dann haut's ein Ring unter. Warum bist du halt schon gegangen? Was ist halt nur ein bisschen blöd? Das weil mir andere Meinung sind, das ist doch nicht so schlimm. Der Wind steicht die Tadeln und der Nebel ums am Berg. Dass die Zeiten anders werden, dass du denkst schon, sag weißt du, wohin die Wege führen. Oder schwimmst du bloß mit dem Fluss? Irgendwann wird er klar, dass man nicht allweil, der erste im Rennen sein muss. Dann fragst du dich, du mag mal eine Bühne, wenn das sein kann, dass ich den Tod zur Waldfremd verschwind. Oder glaubst du ein erstes, dass das richtig ist? Ja, dass das schon sonst nicht wohnt. Statt der Gitarre hat's freiges Mal einen Lauten gegeben. Und der, was geschlagen, ist der Lautenschläger gewesen. Die Heizung ist verroht und im Nürnl ist ein Keyboard. Ein Gipfel ist so weit, wie auf der Bank, wo ich wart. Da oben kann man alles von uns schauen und seine Angetrauen. Was tun ich und das muss ich grauen, dass alles schön langsam vergeht. Und statt der Wald hätt's ein Bausiedlob von deiner Hausten steht. Und immer mit dem Tag, da bin ich bei dir. Oder sie sagt.